servus freunde herzlich willkommen zu einer weiteren folge vom landwirtschaftssimulator 2017 auf der südthüringen map so letztes mal haben wir unseren man tsg 26 26 480 tgs hier angefangen aufgeladen und wir sind ja schon beim gemüsehändler und der gemüsehändler würde gerne auch ein paar erdbeeren kaufen und jetzt sehe ich gerade erdbeeren doch da hinten habe ich welche ich habe erdbeeren geladen aber naja weiß gar nicht wie ich die da hinten jetzt runter kriegen soll das ist ja nur sind ja nur die am ende also dachte wir brauchen die ich dachte werden die tomaten auf dem lkw die erdbeeren auf dem lkw aber die tomaten müssen zu konsum hat die erdbeeren können auch zum konsum aber die bringen beim gemüsehandel ein bisschen mehr okay dann werden wir jetzt mal gucken dass wir die hier irgendwie abladen weiß noch nicht genau wie vermutlich werde ich einfach und dann werden die hier abladen und dann machen wir doch einfach das so jetzt müssen wir die anderen Sachen aber wieder aufladen das sieht schon mal gut aus wenn wir jetzt den rest ein bisschen schieben könnten naja ja doch so ist so ist gut wir fahren so weiter und dann schieben wir das da drauf oh war doch eine gute idee jetzt ist die frage wie krieg ich die hin werden da wieder drauf ja ich bei den erdbeeren nein ok so ist gut verkauf weiter aber nicht mehr nur die erdbeeren verkauft ja nein warum verkaufen wir immer noch wir sehen jetzt leider nicht wie viel gewinn wir gemacht haben 37.000 das ist doch schon ganz ordentlich so warte haben wir einen weg vom gemüsehändler zum konsum gemüsekonsum ja haben wir dann fahr doch mal bitte zu konsum so aber dann müssen wir nur die tomaten abliefern gell der rotkohl und die himbeeren die müssen zum ebk jo einiges zu tun heute was äh unsere finanzen angeht wir können gerade mal gucken wir kriegen wir würden für ich muss ich muss leute ich muss wirklich ich muss hier hingehen ich muss ich muss jemanden hochschicken zum baumarkt das gibt's nicht die preise die die hier ausrufen immer für den für die paletten die sind einfach zu zu toll ist die gleich voll was sagt denn der johnny hier 2900 ja aber das kann ja noch ewig dauern ich stell die mal auf die seite ich stell die mal auf die seite so jetzt hoffe ich warte nur ist denn nicht einfach so irgendwelche sachen verkauft okay abfahrt lassen und der verkauft nicht ach wer ist denn bei dem falschen vehicle so gut tomaten verticken wir auch dann können wir uns hier äh schon mal auf den weg zum hof machen ich glaub konsumhof dann können wir wieder hier einsteigen 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 da haben wir noch platz zwei stücke noch drauf ich glaub die kriege ich drüben noch jetzt hat es sich hier schon drauf ja ja ok dann lassen wir das halt so ich bin mal gespannt wie viele tomaten wenn wir da bei den tomaten rauskriegen ne tomaten sind nämlich relativ viele gewesen tomaten waren viele da müssen wir auch ach so und deshalb ging das nicht so Hat er da eine Anhängerkupplung? Glück gehabt. 60.000 haben wir da fast 57.000. Das ist toll. So, wir fahren jetzt, oder lassen fahren, nochmal zum Baumarkt. Dafür ticken wir die zwei Paletten hier auch noch, die zwei Auflieger. Und dann müssen wir mal überlegen, was wir uns dafür kaufen. Eigentlich sollten wir ein bisschen sparen. Sägewerk tun. Passt. Los. Tschüss. Wir sollten ein bisschen sparen, dass wir uns vielleicht noch, ähm, Moment. Ich kann es eigentlich anhalten. Oder haben wir hier schon einen Weg? Ne, haben wir glaube ich nicht. Wir können doch hier mal ganz geschwind. Hallo. Wir könnten ja an den Weg Hof vom, äh, Hof Edeka einladen, falls wir den noch nicht haben. Ich habe übrigens hier, ja, ihr seht's, ich habe hier einiges, äh, sortiert. Ne, Edeka haben wir noch nicht. Dann werden wir den Kurs jetzt mal einfahren. Dann hätten wir nämlich auch den einfach komplett durchschicken können. So. Der ist, der LKW ist ziemlich stark. Der lässt sich nicht vom Weg abbringen, obwohl der Anhänger hinten Sparenzien macht. So. Wir müssen hier auch mal vielleicht so, ja, ein bisschen Innenansicht. So. Mit dem LKW mit 90 kmh sind wir hier so schnell unterwegs. Da geht richtig was. Das ist unglaublich. So schnell haben wir noch nie eine Fuhre weggebracht. Ja, jetzt sollte man ein bisschen langsamer werden. Haben wir hier ja Tempolimit. 50, ne. Da war eigentlich noch was beim Shop stehen. Ne. So. Hier fahren wir einen Weidenbogen. Dass ja auch andere hier rumkommen. So. So. Speichern. Hof Edeka. Haben wir wieder einen Kurs mehr. Wir gucken mal, ob wir da rückwärts reinkommen. Ich würde da irgendwie. Na, warte mal. Wir können ja hier. Wir haben ja jetzt so ein tolles System. Wir können ja so machen. Und dann glaube ich. Vielleicht nehmen wir einfach die andere Seite. Das ist ein bisschen einfacher. Da kann man das nämlich einfach wegschieben. Und dann können wir abladen. Oder auch nicht. Falsche Taste gedrückt. Set. So. Die Himbeeren werden auch verkauft. Das ist sehr nice. Mal gucken grad mal. Ähm. Die Himbeeren werden verkauft unter Rotkohl, gell. Ne. Grünkohl. Salat. Was haben wir denn? Haben wir da oben noch was stehen? Bei den Gewächshäusern. Was haben wir denn da noch? So. Wir haben hier noch. Oh ja. Warte mal. Fünf Paletten Rotkohl. Wann habe ich hier eigentlich grün geladen. Und hier eigentlich grün steht. Hm. Okay. Ne. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber wir müssten hier mal wieder ein bisschen Wasser auffüllen. Ich weiß. Das ganze System hier. Das weicht von den. Ups. Das weicht von den Farben so ein bisschen ab. Ja. So weiße Forst. Äh. Forst. Äh. Weiße Landwirtschaft. Das macht einfach keinen Sinn. Aber genau das ist der Punkt. Ich finde hier beim Gewächshäusern. Da kann man mal eine Ausnahme machen. Da kann man das auch mal ein bisschen lockerer handhaben. Deshalb gefällt mir das. Dass wir hier mal ein bisschen eine andere Farbe drin haben. Okay. Der ist schon fertig. Geht ja ruckzuck. Wir haben ja inzwischen so ein System drin. Wir müssten vielleicht hinten nachher den Tank noch mal ein bisschen das Wasserbecken so generell ein bisschen auffüllen. Weil das ist ein bisschen mager bestückt. Da haben wir glaube ich nur noch 500.000 Liter Wasser drin. Das ist schnell weg. So. So. 84.000. Äh. 64.553 haben wir nochmal gekriegt. Ist doch toll. Schön. Und so sieht der Mercedes aus. So. So mit Licht. Oh. Es macht schon immer irgendwas her. Ja. Wenn wir so auf so ein Fahrzeug schauen. Mit Licht ist das nochmal ganz ganz anders. So. Warte. Wir sollten uns nicht ablenken lassen. Wir sollten hier weiter arbeiten. So. Damit wir hier auch noch alles aufhüllen. Hier fehlen nochmal ein paar Balletten. Aber ich denk das... Wenn wir nichts haben. Ah ja. Okay. Der ist angekommen. Hier bei den Ortsschildern. So wie immer. Hier bleibt der immer hängen. wobei er hier eigentlich genügend Platz hätte, um auch so rumzukommen. So, und am Ende bleibt er auch nochmal hängen, wenn er zum Hof reinfährt, äh, zur letzten Straße vom Kloon. Das ist bei mir immer so hängt, das nervt mich ein bisschen. Ich glaube, ich muss demnächst mal was dagegen tun, wenn ein Hoch aufs Weihnachtsfeld. So, ich hätte gerne den Wasser da oben wieder. Ja, einsteigen. Ah, 600 haben wir noch drin. Hier ist ja ein Tropfenhaufen heißen Stein. Ja komm, raus damit. Dann können wir neu auffüllen. Ah, Blumenkohl haben wir auch noch, habe ich gerade gesehen. Die Nokian Reifen hier an der Masai, die sind auch recht gut. Die passen hier fürs Terrain. So, jetzt lass uns mal gucken, wie viel da überhaupt noch drin ist. Naja, 150. Egal, können wir trotzdem mal nachfüllen. Ich weiß gar nicht, wo unser Wasserfass steht. Ah ja, doch hier. Wir nehmen den, äh, Glas hier. Der wird auf jeden Fall genügend Kraft haben, das Wasserfass zu ziehen. Aber was ich auch mal gucken wollte, ist, ob wir da eigentlich noch Sprit drin haben. So. Ja, da ist Sprit drin. Ah, 12.800 Liter. Das ist doch nice. Gucken wir mal. Hof. Wasserstelle. Müssen wir da vorne raus. Das passt. Und dann fahren wir mal noch ein bisschen Wasser hoch. Können wir so lassen Wasser hoch fahren. So. Ja, der ist auf dem Weg. Und dann können wir hier eigentlich noch mal Wasser transferieren. Da wir einen, äh, Weg vom Wasser, von der Wasserstelle bis hierher haben, ist das alles kein Problem. Wir lassen mal ein bisschen den Helfer fahren, der uns das Wasser hier anpackt. Einfacher und kostengünstiger geht's nicht. Weil wir müssen dann nur ein bisschen, äh, Benzin bezahlen. Diesel, eigentlich. Benzin. Ein bisschen Biodiesel bezahlen. Oder aufwenden. Und das war's. Kann man hier auch ein bisschen rund umleuchten. Ne, haben wir nicht. Was haben wir denn noch? Und linker. So, ist der jetzt bald mal fertig, ne? Wie viel geht denn da noch rein? Noch 1000. Okay, und wie viel geht hier noch rein? Aha, da sind nur 3000 drin. So, Xerion hat's am Ende erreicht. Da müssen wir kurz hinzwecken. Äh, entlassen. So, und dann werden hier zwei Kurse kombiniert. Einmal... Wassergewächs auffüllen. Und Gewächs-Wasser. So. 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 erstmal hier laden. Motor können wir ausmachen. So. Das ist, wie gesagt, die zweite Stelle, an der er hängen bleibt. Vielleicht soll ich da mal einen neuen Pus einfahren. Wäre eventuell denkbar. mal ein bisschen doof. Nein! Den will ich nur abhängen, Mann. dann muss man halt ein bisschen hier rangieren gehört manchmal dazu ich glaube diese strecken hier die bin ich halt mit einem anhänger eingefahren deshalb war das kein problem mit zwei eigentlich auch kein problem wenn man genügend platz ist in der kurve so ist es halt so ich will jetzt aber gar nicht mehr so viel quatschen eigentlich ich will jetzt eigentlich nur noch diese schönen paletten verkaufen wie immer bei unserem tun er bietet einfach den besten preis weiß gar nicht was der mit den ganzen paletten macht ob das so viele leute gibt die hier eigene möbel bauen aber ich muss sagen wir sind wirklich hier sind die sachen wirklich schön aufgeteilt also nicht einfach gesagt ja da hängen wir mal einen palettenverkauf hin sondern sie haben mit köpfchen gearbeitet und das ist halt richtig nice dass es auch sinn macht dass du dass du gemüse beim gemüsehändler verkaufst oder beim edeka und nicht im baumarkt so dann kommen wir hier vielleicht so ein bisschen ja danke weil das bleibt da ja bleibt da gut also wir ticken jetzt noch die anderen paletten ich bedanke mich bei euch fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat lassen like abo oder kommentar da und wir sehen uns dann wieder erst am montag aber wie gewohnt 16 uhr und montag bis freitag auf jeden fall vielen längstens zuschauen bis zum nächsten mal ciao